ein teil man weiß es nicht man steckt nicht drin natürlich nicht zum glück ist eine ganz kleine packung da nicht drin wohlfühlen wir würden da nicht gut reinpassen ist ein bisschen mehr platz weil ja kein bucket drin ist aber richtig kann man ja mal zeigen also da ich habe die limited edition nein und da sind ja ist ja der soundtrack dabei und 3 dlc dinger die wir noch nicht eingelöst haben haben die wir hätten einlösen können ein theoretisch also so sachen so extra so hier ist zum beispiel extra zeit quest ein waffen package und irgendein anderes cooles waffen ding habe ich dir schon gezeigt gehabt dass man da aussieht wie so ein löwen krieger irgendwie total cool könnte man ja vielleicht noch mal irgendwann in angriff nehmen so wenn das spiel vielleicht vorbei ist ach so noch mal so ein extra das geht ja gar nicht oder kann man danach okay dass man vielleicht noch mal die dlc anguckt es gibt ja schon einen richtigen dlc ja habe ich auch gehört sehr wie es ja noch ist egal aber es gibt einen richtigen dlc dazu zu laute of the fallen also ein extra quest mit einem extra gebiet und so weiter und so fort aber da müssten wir dann quasi jetzt glaube ich in ins new game plus reingehen und dann und dann geht das dann ist da so ein extra gebiet freigeschaltet oder keine ahnung was ist ja auch egal liebe freunde wir springen jetzt erstmal normale hauptspiel rein denn wir wollen antanas auf die fresse genau ohne die ruhe weil die brauchen wir nicht weil wir noch keine verstärkung wer glaubt eigentlich wer wir sind ja und da sind okay und da gehen wir jetzt rein ins spiel und wir haben ja aufgehört dem gut kassler wurde ich übel mitgespielt ja da dem sein stab und seine ganze hexerei nicht geholfen das heißt wir bauen jetzt gehen jetzt hier hoch und hauen leuten auf die fresse zum beispiel den hier auch sie wieder sind warum kommt jetzt hier ja ach so der kann wieder nur direkt dahin laufen kommen sie mal her kommen sie mal her junger mann die halten aber schon also wie die herrscher also wie sie gesagt haben also die haben ja gesagt die roger die hätten die mühelos besiegt ja also wenn die alle da rein gerannt werden sondern boss arena also mit dem panzer also es ist jetzt nicht ohne was die kollegen da haben aber ganz oben gab es glaube ich also hier gehen wir gleich rein weil da geht es zum planetario die truhe meinst du und den kontrollpunkt weil hier gibt es ja nun sehr sehr gut kontrollpunkt wir brauchen sowieso bald wieder wir haben jetzt nur noch vier leben ja wir haben nur noch viel lächeln also da geht es glaube ich hoch wo war dann die war da hier unten die truhe da hier geht es erst mal ins planetarium aber wo war die truhe machen wir doch schon aufgemacht aber wir haben das schlüssel für die truhe was mit ihm los er hat keinen bock mehr wo hat man stellt diese dieser overtüre jetzt die mit der konkrete presse muss doch mal irgendeine truhe geben die wir noch nicht aufgeknüpft haben schönen guten tag das darf ich mit ihnen über roger und die welt sprechen die welt sagt er ist ja auch wenn sie lieben ich will es aber lasst ihr mal hier rankommen bisschen ungefähr kommen lasst ihr mal lasst ihr mal ankommen der 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 kriegt schon auf die fresse der weiß schon was was ihm so bevorsteht ich finde ich ihn jetzt mit einem schönen ne doch nicht das muss man den anderen den anderen machen den uriah die uriah den muss er machen 1000 da sieht man ganz gut sein multiplikator weil die immer 1000 bringen hier gibt es nicht mehr da nicht jetzt noch ich sehe gar nicht ich glaube diese truhe geht da nicht auf wirklich krass um eine kleine ruhe schwert der wache so ein schwert das ist nicht gut oder es ist super gut oder es ist super gut und wir können es nicht verwenden groß schwert der wache schwert der wache das ist groß schwert das ist sogar besser als das groß schwert das muss richtig fett sein nur noch 30 gehen wir nicht rein weil er der vorsitz ich tutschland schlag alle tot ganz im ernst der hat es schon mal kurz mal überprüfen es geht und er ist ein richtig echter gegner ist nicht gut also dass das lassen wort erfahrungspunkte wir müssen doch hier das schwert der wache vielleicht welches ist das ist das großschwert wahrscheinlich ja zack das hat aber weniger gebracht wahrscheinlich weil man es kaputt machen musste ja man das ist eigentlich fein hier an tharners ich würde erinnern hey guck mal der ist da gehen wir ganz nach oben da haben wir das erste mal getroffen den guten an tharners ist ja auch schon aus wie so eine fette boss arena ja das stimmt allerdings das heißt aber vorher gehen wir noch mal zum kontrollpunkt und dann gehen wir noch mal den kontrollpunkt in der großen halle ab weil dann stocken wir stocken mal machen also ich will hier nicht an tharners begegnen mit ja und das ist auch mal in die große halle na gut das machen das ist gar nicht muss ja sein also da können wir noch mal hier vorbei kommen wir sowieso noch mal dann kommt sowieso noch mal vorbei kassel mein freund ja du hast nicht gut erwischt sage ich jetzt mal und so wird aus kassel auch schlägt so ein schönes kassel hat die verstand verloren ja ja er hat immer schon verloren wir haben schon auf den nuss kinder ist nicht das ist sich geboren geschichte kassel geschichte kassel das ist so geil ich bin ich geboren geschichte wieser geschichte joe geschichte joe geschichte joe geschichte bob jeder hat noch glaube ich noch das ist so ein geiler gegner vor 10 haben zwar zwölf aber zehn sollten reichen oder okay kassel an tharners bringt das eigentlich was wenn wir ihn hier leben lassen wenn denn er lebt doch nicht mehr mit der der antrag der da steht und gemeint hat achtet hier hinter dir der ist hier der ist hinter dir nein nicht der welchen meiste du weil der der sich vor sie nie kniet hat hier der er hat er doch gemeint ist bringt zu ende wo wir gesagt haben wollen umbringen nein ich wollte nur fragen ob das was das weiß ich doch nicht ich auch nicht wir machen ja so viele sachen von dem wir nicht wissen ob es irgendwas bringt sowas wie die ruhe wegschmeißen oder so was wahrscheinlich wahrscheinlich war das ein bisschen bullshit das war schon mal stumm und wir können wir sterben verloren ja ja einfach die ruhe weg das verstand verloren ohne die ruhe kannst du nicht besiegen ja ja ist okay ja ja das wollen wir erst mal sehen hier wir haben also nicht mehr alle roger herrscher besiegt die ohne scheiß ruhen also jetzt mal ohne flachs also zurück noch mal an den kontrollen vielleicht gehen wir noch ein bisschen was meinst du dominik bitte aber bitte noch so und hier lang hier war es gut mein lieber antanas jetzt gibt es die fresse du hast neun minuten wir wissen ja unsere quote halten nein nein aber ach so die meiste was so lange so lange ist der teil oder gar nicht nein aber weil wir für die meisten bosse ja bloß neun minuten gebraucht haben für einige sogar sechs jetzt geht's ab jetzt ist die kacke am dampfen guckt ihr da an wie sie dampft wer ist das antanas alter falter er hat sich doch verwandelt das hast du noch gesehen oder okay hässliche sei geworden also er hat sich nicht zum guten verändern hängt da einer raus oh gott es geht nicht los laut ist der richter sind ich antanas ich kenne einen der als richter aber es sah anders aus hängt gibt es da eigentlich raus ist es sein kontinuier oder was kontinuier und wir sind der verräter oder was hat er denn da eigentlich terminator arm ist so ein bisschen zum glück haben wir noch mal tränke geholt hat das stimmt allerdings alter okay alles klar also wir müssen wirklich 1 aber der hat zwei stufen 1 2 und bämm und was manchmal warum hä sollten da passiert passiert gewesen ok kämpfen wir uns durch alle waren noch da ist gar keine alte mein freund oder ist das keine alte wasser und dann hat er noch eine nächste stufe kummer der verschweigt uns hier einfach ein paar stufen 1 2 2 und 3 bitte heilen hallo schutag ist bitte heilen zu sprechen krass aber dass man geiles boss die sein das muss man wirklich mal sagen komische füße hat wir wollen so langsam wie seine affen hände das stimmt allerdings wieso mutanten affen hände 1 2 3 war ja wollen wir freuen so langsam und spaß wir bräuchten die andere rüstung aber die hätte wahrscheinlich also ich glaube so können wir wahrscheinlich im wesentlich mehr kalt bewiesen nicht mehr aus 1 1 1 2 3 aber das ist wahrscheinlich wieder weg war das ist das was ist was ist das für gutes zeug stimmt was ist das was ist ja das ist der hippie oder was ist das da kommt da wenigstens lässt sich in ruhe bitte auch aber er brennt sich selbst ab hier der politik heilen spaziert übers feld und nimmt erstmal schluck aus der pulle sterben ja wie die fliege okay also es ist eigentlich unsere ablenkung mein freund und kupferstecher du hast ja ein paar fiese tricks drauf 1 2 3 und dann immer die gleiche leier wir kommen nicht schnell weg wir wollen uns zu langsam wir können ja mal gucken ob wir irgendwie eins zwei und drei eine kleinigkeit von der rüstung tauschen kann die füße das macht er jetzt war das du meinst du eine kleinigkeit 1 ach so das macht es ein laser und wenn wir gesagt dass man seine mini ist okay denn ich konnte sich jetzt nur auf das ist ein laser ach da ja also okay das ist die lese hat er dann drei hat er jetzt sterben die er gleich wieder genau er nimmt sich das leben ja ich glaube genau das heißt wenn wir ihn wenn wir vielleicht je mehr wir von den typen töten ja klar 1 hatten wir eigentlich so ein sperrschilder das weg 12 okay das war klar schlecht das heißt schild Was war das? WTF? Was war das? Oh, Achtung! Oh, du hast ja noch was angenommen. Ja, ich hab noch was angenommen. Alter, der hat mir Leben geblockt. Du kannst mal deinen Knilch hinstellen, dann wer halt dich also ist. Kannst du das überhaupt mal machen? Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt macht er wieder seinen Laser. Stell mal den Knilch hin! Dein Knilch! Dein Zauberknilch! Vielleicht lenkt das entweder den Laser oder die Knilch hier ab. Knilch ist ein schönes Wort. Okay, er macht sich ab. Das ist aber gut, wenn er die Knilch kaputt macht. Oh, oh. Ja, das stimmt. Heilige Punkt. Ich sterbe. Nein, der blockt ja mehr echt Leben. Die Klappe. Das ist ein ganz schöner Arsch. Okay, das ist echt ein scheiß schwieriger Bosskampf. Und wir haben die Ruhe nur weggeschmissen. Das ist eigentlich auch mal wieder auf, der Effekt. Eins, ich glaube nicht. Wie ist das noch passiert, als er hier seinen... Ja, seinen Krabbelarm hat er gemacht. Oh, oh. Oh, da hat er mich nicht getroffen. Naja, aber wenigstens ist das sowas, was... Das Treffen... Oh, nee. Das war's. Das heißt, wenn wir ihn da treffen, oder was? Weiß ich nicht noch. Genau. Oder das Ding, was er immer schießt. Kann das sein. Ja. Okay, der hat ein ganz schönes Repertoire. Ja gut, er ist ja der Ober-Kufti, ne? Also, er ist ja der Endgegner. Der erste. Gut, dann stell mal wieder sein Knilchen auf. Oh, Rob. Ich muss, ich muss kommen hierher, hierher. Aber das ist siehste, glaube ich, nicht. Sehr unverbindelt. Scheiße. 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 Das ist erwartet. Aber das reicht nicht. Also, die vier, die reißen nicht. Ja. Das war eigentlich das Geblocke durch den... Oh, oh. Ich hab ja, glaube ich, nur noch... Was machen wir jetzt? So viel Leben, ne? Ja, ja. Alter. Es blockt ja schon wieder was. Ey, ist das doch zum Kotzen. Nee, das war's. Alter, Falter. Wie sollen wir das machen? Zwei. Oh, fuck. Fuck. Alter, Falter! Okay, das wird ein ganz schöner Kampf. Ja, ihr seht die nächsten zehn Teile hier bei Games und Gerstensaft mit Lords of the Fallen, die wir versuchen, Ananas... Ich glaube, wir müssen einfach schneller sein. Das ist das... Ja, das kann sein, ja. Das sind... Ja, wenn ich hier, glaube ich, mehr rollen könnte, schneller rollen könnte, weißt du, wenn er seinen Laser macht. Weil das ist, glaube ich... Luke 2. Hey! Hey! Ich freu' jetzt nur... Ich freu' jetzt nur... Das ist... Das ist nur am Rollen, gell. Hilft nix. Ich denk mir auch nix zu. Pff, tschüss. Ja. Dominik! Mein Wester! Ja. Kacke, ey. Ich weiß nicht, in welcher Phase wir anfangen. Okay, wir fangen hier oben an. Okay, wir fangen erstmal damit an. Ach, wir hopsen jetzt da wieder runter, oder was? Ich hoffe, dann ist er gleich in der zweiten Phase. Was ja gar nicht mal schlecht ist. Oh, wir müssen 280 Erfahrungspunkte einsammeln. Das kann sein, ne? Wollen wir mal die Rüstung tauschen? Ja, ich glaube, das ist... Ich guck erstmal, was noch so schönes gibt. Ach, und ich muss erstmal die Steuerung wieder... Ich hab' mir gar nichts gemacht. Ah, jetzt rennen. Oh, nicht runterfallen. Das ist ja so dumm. Ich... Scheiß da auf euer Tal, also ich schwimm' mir das Leben. Alter, doch keinen Zweck. So, hör'n wir... Wie viel brauchen wir denn? Naja, ich glaub' also, wenn wir so zehn weniger haben, wär' das schon mal nicht schlecht. Zehn? Ja. Nimm doch Gefallener. Komm. Alles? Ja, nimm doch das nicht alles, aber einiges. Das ist schon mal vier. Das ist schon mal vier weg. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich hab' nur sechs weniger... Helm. Vergesst. Ja, Helm mach' ich mir. Ich hab' schon gar nicht, ne? Ne, das bringt nichts. Ja, aber wenn der letzter Verräter nimmst, das ist leichter... Oh ja, und das ist leichter... Mach' mal bitte dann her. Weil ich das komplette Set mal nehmen wollte. Das ist ja Quatsch. So, jetzt haben wir ja schon mal ordentlich weniger. Äh... Was haben wir hier? Herrscher... Ach, nimmste Gefallener wieder. Und den Helm musst du dann noch auswechseln. Och, gut. Und den Helm sieht auch so cool aus. Und das bringt aber nichts. Da kannst du Wirkung nehmen, den hatten wir vorher. Guck mal. Der hat zehn weniger. Ja, aber dafür rollen wir auch. Ja, okay. Guck mal, wie wir jetzt rollen. Guck mal, wie wir jetzt rollen. Ne, guck mal, wie wir jetzt rollen. Wie rollen wir jetzt? Wiss ich nicht mit A. Ach so. Definitiv. Ja, doch. Ja, ich glaube, da geht's gar nicht lang. Ja, doch dann. Hallo. Oh, kata kata kata. Ich weiß gar nicht, wie man kämpft. Was ist das? Energiespiel. Wollen wir uns vielleicht mal irgendwas cooles nehmen? Ne, aber was? Feuerwiderstand oder was? Weil er mit dem Laser... Ist das das Laserwiderstand? Haben wir denn einen Laserwiderstand? Das gibt's nicht. Komm mal, kommen wir auf die Fresse. Ey, das war nicht schlecht zum Anfang. Coole Aktion. Ja, das war die einzige coole Aktion. Eins, zwei und nicht hingehen. Und jetzt hingehen. Aua. Och. Wo ist dein Arsch? Wieder Ausdauer lassen? Wir haben aber auch ganz so viel Ausdauer, muss ich mal sagen. Ja, aber wir haben ja auch gepumpt. Zwei. Drei. Ja, das war der andere Schlag. Genau, das ist der Dreier. Eins, zwei und nicht hingehen. Und jetzt hingehen. Und dann gleich wegrollen. Ja. Ja. Wir sind so schnell. Besser. Ja. Äh, nur die Hälfte der Energie ungefähr hast du noch. Das ist der Dreier. Eins, zwei und drei. Und jetzt. Okay, roll. High five. Angetäuscht. Achtung, er schießt. Ja, sehr gut. Achtung, er schießt. Aua. Hast du geblockt? Sehr gut. Oh. Das hat auch nichts. Ganz ehrlich. Eins. Und schlecht. Eins. Zwei und drei. Und jetzt. Ja. Ja, aber weniger als, äh. Aber er muss nichts abziehen. Oder du kannst. Ja, das ist schon so richtig. Pss. Arschloch. Ein Arschloch. Das ist ja noch das einfache, weißt du? Ja, eben. Das kommt ja noch zum Beispiel. Der scheiß Laser. Laser. Ey, du hast Laser. Du bist echt Laser von dir, wie du das machst. Das war nicht schlecht. Das ist gut. Du musst mir mal merken, ja. Eins. Zwei. Drei. Drei. Yeah. Nein. Aber gut geblockt. Eins. Zwei. Drei. Das war der Zweier, glaube ich. Aber das ist nur so ein Upper Cut gewesen, den er gemacht hat. Eins. Zwei. Und drei. Oh, jetzt macht er seinen. Das ist ja so ein Kackfug. Ob er in der Zeit mal draufrollen sollen, wenn er das Ding macht? Weil dann haut er ja eh ab. Das schlägt da eh nicht zu. Jetzt nur rollen. Ich würde jetzt nur rollen mit dir an deiner Stelle wäre. Ach so. Ach so. Oh oh oh. Ja. Gut. Äh, ja. Das war ja mal. Das ist fertig. Ob wir uns unter den Balkon stellen sollen? Irgendwas muss man ja dagegen machen, weil das ist echt ganz schön heftig. Weil das, ich glaube nicht, dass das äh... Schild uns da großartig hilft. Ich denke mal, die Krune hätte uns da schon sehr geholfen. Ups. Das ist natürlich nicht viel besser. Aber, ähm, ob du unter den Balkon gucken oder irgendwo in Deckung wahrscheinlich aber nicht. Wie ich das Spiel kenne, geht dann der Laserstrahl einfach durch die Mauer ab oder so. Ja, 280 Erfahrungen. Eins, zwei und drei. Eins, zwei und drei. Eins, zwei und drei. Eins, zwei und drei. Oh man, das wird noch ein kleiner Kampf hier. Das ist heftig. Eins, zwei und drei. Uh, fuck. Der hat mich noch erwischt. Was ist mit dem Leben? Ach, schiebt. Sehr gut. Eins, zwei und drei. Eins, zwei und drei. Ah, das ist so mühselig. Scheiße. Das war immer bloß, äh, ein Schlachter. Eins, zwei und drei. Ah, das ist so mühselig. Scheiße. Das war immer bloß, äh, ein Schlachter. Ah. Das war gar nicht mal schlecht. Muss da hinten rollen. Nicht mehr. Eins, zwei und drei. Genau. Das war gut. Der hinter, nach hinten rollen. Nach hinten rollen. Oh, jetzt geht's los. Oh, ja. Das bringt auf jeden Fall was, weil du da, äh, so jetzt mindestens zweimal zu langen kannst. Jetzt mal. Okay, das zielt. Ups. Scheiße. Fuck. Okay, also dieser Laser ist echt heftig. Der Laser ist es. Alles anderes ist machbar. Aber wenn er, wenn er dieses, diese, diese vier grünen Dinger macht, auf die Fresse hauen. Ja. Und, äh, wenn das bloß, äh, das ist, was er dann quasi sich wieder von seinen Mann, Mannen wieder, äh, zurück bohlt, äh, dann bringt das ja schon mal was, ne? Weißt du? Weitere Richtung, ja. Genau. Ne, das mein ich. Also wenn dann, weil da ist er richtig verwundbar, na? Rrrr. 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 Und da greifen die anderen ja auch nur von vorne an. Ja. Erstmal wieder ein bisschen Puff kommen. Ohne zu verderben. Das ist aber echt ein hässlicher Typ, das muss man mal so sagen. Das muss man richtig, also das ist mal echt ein cooler, cooles Gegner-Design. Zwei und drei. Das hast du aber nicht mehr genug, außer also wegrollen. Ha! Hast du ihn noch? Alles. Hast du ihn gepokt so? Dig, dig, dig! Bist befruchtet. Was? Und... Bäm. Und... Ha! Oh, der dreht sich auch fix um. Ja, das ist ein bisschen, der ist schon schön fix der Kollege. Ah, das ist schon ein fetter, also das ist wirklich ein Endgegner. Ja, das stimmt. Oh, ach so. Ich mach gerade kurz aus meiner Rolle raus. Ich musste doch erstmal... Du musst angreifen. Also ne... Ausweichen erstmal. Zwei, drei... Jetzt kann ich hier einen auf die Fresse und... Oder? Dankeschön. Ne, nicht ganz. Vielen Dank für das Gespräch. Ach, und übrigens, äh, gleich, das kommt der Hinweis, ähm, wenn, wenn ich der zweite Laser erwischt und du hast noch, so, das ist zu kurz. Sag mal! Äh, wenn ich der zweite Laser erwischt und du hast noch... Ja. Ja. Alles easy. Und wenn ich der zweite Laser erwischt, sofort nachdem ich erwischt hab, trinken. Weil der dritte braucht ne Weile. Aber... Ja. Also, ja. Achtung. Er schießt. Aua! Damn. Achtung, er kommt, angerannt. Was? Faff. Warum nimmst du die Hände vom Controller? Ich weiß nicht, weil ich mich geärgert hab. Lieb, ali, alter, wirklich, also man kann sich auch ohne die Hände vom Controller nehmen ärgern. Wohi leicht. Ach du. Tschüss. Der dritte carpótlers Fleckler are妈 Навung 1000 Was denn jetzt? Nein. Nur die sicheren Varianten nehmen. Ah, ich werde zu fippelig. Zu ungeduldig. Ich mag das nicht immer eine halbe Stunde lang, um die gleichen Muster abzufangen. Ja, aber anders geht es ja anscheinend nicht. Alter, da kriegt er mich noch. Fuck. Krass, krass, krass. Okay, Leute. Zwei Teile müsste man ja nicht damit ausmachen. Mindestens so. Komm, mach doch mal deinen dritten Kacken. Bums. Nee, das ist der zweite. Wo hat er diese Vorrichtung? Herde am Arm. Das ist wohl nicht bei Amazon. Nee, nicht so. Was ist das? Eins, jetzt kommt der 3er. Eins. Nee, noch nicht. Du darfst nicht dann zu weit weggehen. Weißt du, du musst so eine gesunde, so eine gesunde, so einen gesunden Abstand finden. Eins. Zwei. Und drei. Das war ein gesunder Abstand. Und jetzt zweimal zurück. Und nochmal. Oh, fuck. Erzählreich weiter. Eins. Zwei. Und drei. Und jetzt kommt der Laser. Oder auch nicht? Das war ja scheiße. Oh, fuck. Gleich kommt der Laser, wenn du triffst. Und dann, wenn er diese grünen Dinger abschießt, dann hausst du auf die Fresse. Eins. Jetzt kommt der 3er. Eins. Zwei. Und jetzt kommt der 3er. Ja. Und jetzt. Und jetzt kommt der 3er. Jetzt, jetzt. Oh, ach so. Alles drauf, was du hast. Naja. Ey, Schild aufstellen. Ach ja, genau. Oh, jetzt ist es, glaube ich, zu spät. Renn einfach rum. Genau, das ist eine gute... Oh. Nicht schlecht. Nicht verkehrt. Hallo. Hallo. Er macht nur drei. Oh, fuck. Okay, ja, rumrennen. Und jetzt, jetzt, hopp, hopp auf die Fresse. Was ist denn das? Wie viel Geist ist verschwunden? Ach so, na unser... Achtung. Jetzt macht er sein... Jetzt blockt er dir ein bisschen Energie weg. Oh, oh. Jetzt blockt er dir gleich ein bisschen Energie weg. Was für ein Geist ist verschwunden? Nein, Erfahrungspunkt. Wir haben die doch nicht aufgesammelt. Ach so, ja. Ist doch irrschenz total. Ich bin froh, dass ich noch lebe. Das ist, glaube ich, das... Ich glaube, da darfst du nicht reinlaufen. Ja. Aua. Aua, aua. Ich glaube, da darfst du nicht reinlaufen in das Ding. Achtung, äh, ne, doch nicht. Ach, fuck. Jetzt, 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 jetzt macht er sein. Jetzt, jetzt zieht er dir ein bisschen Leben ab. Ach so, nee. Ich dachte, der macht diese gelben... Okay. Wir haben ihn bei der Hälfte. Huh. Und wir haben noch sieben Haiflaschen. Dominik, jetzt nicht doof werden. Was ist das? Wer? Was war das? Es ruckelt. Nein, 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 nein. Was war jetzt? Ey, heile, heile, bevor, wups, ansonsten, wenn ich der... Und jetzt so rumlaufen. Rumlaufen. und versuchen, zickzack zu rennen. Jajaja. Heiß. Ja! Jawoll, ja. Sehr gut. Jetzt kommt er runter. Jetzt auf die Fresse hauen. Jetzt wird er sich zu heilen. Jetzt weg. Weg, weg, weg. Oh, fuck. Alles schlecht. Okay, wir können bei der Hälfte weitermachen. Mensch, lass doch mal deine scheiß Sperre da zu Hause. Dann nicht reinlaufen, dann nicht reinlaufen, das darf ich nicht treffen. Oh, und diese Wolke, die da? Das darf dich nicht treffen, das ist aber, das ist sehr gut, dass du jetzt noch keine... Diese kacke Wolke da. Hör mal auf hier mit dem, oh quatsch. Und wegroll, wegroll, zweimal zurück. Und wegroll, 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 wegroll. Oh, oh, das ist es. Das ist es, glaube ich, ja, ja. Oh, das darf ich nicht treffen. Und der ist es da auch immer noch. Da ist doch, da ist so eine Wolke, da ist so eine Wolke. So ein Arsch. Nee, nee, nee. Aber die Wolke mal wieder irgendwie loswerden hier. Alter, Alter. So was wird schwer. Chipotle away oder so was? Chipotle away. Ah, okay, jetzt wieder rumlaufen, jetzt wieder rumlaufen. Oh, nein, du hast nicht genug Ausdauer. Sehr gut, oh mein Gott. Sehr gut, jawoll. Naja. Okay, heilung. Und jetzt wieder hin. Weil jetzt heilt er sich wieder. Es geht auf die Fressung, es geht auf die Fressung. Ja, Fettsack. Und weg, 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 weg. Ah, scheiße. Naja. Ausdauer, 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 Ausdauer. Ich habe Ausdauer. Der hat keine Ausdauer. Ah, ist mühsam. Sehr, sehr mühsam. Komm, wieder mit deinem Kack auf. Die Wolke ausweicht. Nee, warte. Ist... Da kommt die Wolke. Wird die auch irgendwann aufzukommen? Scheiße. Ey, das geht doch gar nicht. Alter, der dich voll erwischt. Drei. Tschüss. Alter. Da haben wir noch drei. Achtung. Alter, es ist echt ohne Spaß anstrengend. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eins, zwei. Jetzt kommt der drei. Jetzt kannst du zuschlagen. Und wegrollen. Zweimal zurück. Ach, es ruckelt. Es ruckelt. Alter. Hörsam. Kinshasa. Bin ich halb genug? Ja. Ja, weiß ich nicht. Ausdauer, ausdauer, ausdauer. Ich weiß nicht, wie du laufen musst. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich laufe nach hier. Wieder gerade. Ja, nicht schlecht. War das der erste oder zwei? Das war der erste. Das war der zweite. Oh nein, das war der dritte. Ich mach dich Platz. Ah, aber das ist... Das treff ich. Weg, 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 weg. Im Auge behalten. Was macht er jetzt? Oh, daneben. Komm doch mit deiner Kackwolke. Kannst du es doch zu Hause lassen. Oh, fuck. Nee, wir haben noch zwei. Nee, der vermisst. Das wird nicht scheiße. Das müssen wir am nächsten Tag nochmal versuchen. Ah. Ey, diese scheiß Wolke. Kann man die nicht in den Tod schließen? Oder sowas? Die kann es auch nicht blocken, die scheiße. Nee, da kommt er. Das gibt es nicht. Oh, der hat mich nicht getroffen. Doch, doch. Scheiße. Geh mal weg hier. Oh, du musst doch hier rumrennen. Ich glaube, das... Ah. Das wird es, glaube ich, nichts. Nein. Fuck. Alter, ist das schwer. Boah, der muss ja voll auf Zack sein. Mensch, Mensch, Mensch. Aber, ja, das... Das machen wir im nächsten. Machen wir im nächsten Teil. Alter, Falter, okay, alles klar, wir machen hier Stopp. Ach, wir machen hier Stopp und... Och, boah, was sagt man dazu? Okay, der letzte Teil. Wir haben uns beschwert, dass die Worte beim ersten Mal, aber dann... Hat er. Ja, das war der 34. Teil mit Loss auf die Haut. Wir hoffen, dass wir es im 36. Teil packen. Wir hoffen, dass wir es im 36. Teil packen. Das ist ganz schön knackig, muss man mal sagen. Weil ich werde die Runen nicht eingelissen haben. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wenn wir da mit unsere Rüstung verbessert hätten, hätte uns der Laser wahrscheinlich nicht ausgemacht. Wahrscheinlich. Oder wenn wir mit da... Da hätten wir mit einem Schlag tot gemacht und, naja, ihr wisst ja, wie es ist. Liebe Freunde, es tut uns leid, wir spielen es ja blind, wie man so schön sagt. Also, wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt. Das heißt, wir finden schon noch... Also, irgendwo ist es... Es ist auch ein bisschen Glück, wie immer. Glück ist dabei. Aber vielleicht schaffen wir es ja im 36. Teil. Bleibt dran. Ansonsten liked, subscribed, kommentiert, guckt auch die anderen Videos, wir sehen uns im 35. Teil... 36. 36. 36. Ich gehe jetzt nochmal Angstpipi machen. Ja, das ist gut. Und dann stürze ich mich in den Kampf gegen Antanas oder den Richter. Jawoll. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.